nächsten hinweis analysieren spuren lesen so Was sollen wir hier führen? Das ist bestimmt irgendwas Hasenmäßiges. Stärk, Freunde. Diese Hintergrundmusik ist vielleicht, also ich weiß nicht, also ein bisschen nervig. Komm her. Stärk, Freunde. 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 Meine Güte. Endlich. So. Na, gucken, ob das noch was fängt. Kriegt man da irgendwie ein Signal oder so? Also, wenn ich jetzt innerhalb der nächsten Minuten keinen Hasen kriege, wird er etwas angebissen? Ich sehe es auf der Karte nicht mehr. Moment. Ich sehe es auf der Karte nicht mehr. 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 Also irgendwie ist das weg. Also irgendwie ist das weg. Oh, das ist wieder ein Hirsch, oder? Ich will aber einen Hasen haben, ehrlich gesagt. Krieg ich wenigstens das, aber... Okay, mach ich einfach so. Ist mir jetzt egal. Ja, du sollst jetzt zurück, ja. Kennen wir zurück. War mir jetzt egal. Okay. Okay, vielleicht sollten wir wirklich laufen. Ich glaube, das Jagen, ehrlich gesagt, werde ich das, glaube ich, nie wieder tun. So ungefähr. Ich glaube, ich habe nur in diesem Beispielmission gejagt. Oh, krasser Typ. Ey, ich kann einen Jogo. Oder wie der heißt. Kanye Togo. Togo. Wie auch immer. Du bist jemand, der, weißt du, du kannst lernen, du hast Potenzial. Boah, ein paar Handpflanzen, ne, hier. Auf meiner linken Seite sehen sie das. Gehen wir mal hier rein. Machen die nächste Mission. Ältestenrat oder was? Ein denkwürdiges Erlebnis. Ein denkwürdiges Erlebnis. Gehen wir mal hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Ein Edenapfel. Was sonst, ne? Was sonst? Hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad begeht wird. Welcher Pfad? Der Deine. Holy shit. Plötzlich kann er nur mal reden. Wow. Folge mir. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gelegt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wow. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, der du ihm das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Okay. Juno. Juno. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Was soll ich also tun? Das erklärst du von einem Mann, der dich bald ausbilden wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führung ist zu schwer. Habe ich es verkackt? Ne, habe ich nicht. Alles gut. Okay, wir sollen das Erstassin-Symbol suchen. Und einen Mann, der damit in Verbindung steht. Okay. Cus. Cus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe mich nicht geholfen, aber meine Eltern, ich möchte euch nicht. Ich bin hier, dass sie in der Nähe sind. Ich habe schon die Aufmerksamkeit. Ich habe schon gesagt, dass ich die Aufmerksamkeit hab. Ich habe auch gesagt, dass ich die Aufmerksamkeit nicht anhenehnte. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ja, Mann. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb.